auch ich gehe mal erst ins Bad okay ist es er liegt nur ausweist aber genau ob es die Gäste ich auch Nummer 12 schon aber irgendwas überrannt ist die tot ist die 100 Prozent tot ne die ist nicht tot die ist die pennt ach die pennt sie sieht aus wie sie tot wäre die atmet ja nicht mal oder? oh ich hab da grad ne Quest besorge Wasser für Kim ja ich hab Wasser ich schiebe jetzt grad sehr einfach ich nimm sie mal an was willst du Annie? was wir sollen ihren Teddybär suchen? oh Gott der Helm das ist okay da ist er nicht sahen und er hat auch die 70 Dollar gekämpft mehr auf die Trümmel liegt wieder und verhältlich hey komm mal her hier hat man die Tiefel in der Städte die Städte oder was statt den Apfelglaub oder? hier liegt ein Fakt Fruchtiger hier liegen Daten besser gesagt ich sag jetzt Daten Fakt hört sich voll doof um Kornas ja die Quest ist so ne ne unendlich Quest immer wenn wir Wasserflaschen haben können wir sie hier abgeben und die gibt uns Geld dafür ja Geld und EP ja das weiß ich ja ich hab aber kein Wort um Geld zu geben ja ich hab grad ich hab ich hatte welche paar ich hatte ein paar Flaschen hast du jetzt nur du die Kohle bekommen oder? nein wir haben die Kohle auch bekommen ich hab's gesehen ok wo seid ihr lang? wir sind wieder raus da drin ist mir zu eng geht's nicht auf? nein aber eng ist doch auch in dem Baubegriff nein Hilfe nein lauf doch außen rum oh Scheiße nein ich will jetzt da hoch ich dachte ich hätte keinen ich dachte ich hätte meinen Hammer in der Hand und dabei war das Alkohol ich hab 3 Zombies aufgeregt oder 2 oh oh ich mach so wenig Schaden das gibt's gar nicht komm her nee ich schnetzle dich im Wasser ja stirb ok ich hab keine Ausdauer mehr lass mal warten oh ein Tauchermesser danke oh oh komm der her ah ah weg du stirb dass der Alkohol schon mal die Waffe ersetzt ja äh ach so weiß ich nicht aber du musst halt manchmal aus deinem Metall nehmen sonst sonst ja aber ich hab jetzt schon zweimal versehen nicht getrunken haha obwohl ich schlagen wollte und jetzt talkest du hier rum oder was äh ja wir müssen eine neue Quest annehmen hier hier Energy Drink wo also du brauchst das ein bisschen bei mir die ständig ja ich hab genug das läuft voll komisch grad also äh bei mir rucknet es ein bisschen ja bei mir auch bei mir läuft's flüssig ja gut bei mir kann's sein wegen Fraps äh ja wie schön das ist ja tot scheiß brecheisen da her scheiß brecheisen da her streck dir die Augen aus verpresst den so so ähm ja das war weiter geradeaus da drüben ist noch einer ey komm mal her mit deinem Paddel oder du mit deinem Hammer los schnappt ihr euch was ist das da drüben für eine rote Hand oh die leben doch gleich alle Party 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 ey lass 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 jetzt mach ich meine neue Reihe wo 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 hier gibt's Schlagringe ja da mit Y war das ja stimmt das hab ich ja auch ja was mich los schlampe 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 oh jetzt aber der Zuschauer gemeinwende zu sein dass der Hut hässlich ist der Hut war hässlich ok vielleicht findet die den Rock dafür Schweißen ne Wasser juhu hier hier rein wohl aha dieses Fenster oder was hier ach ne da ein Rohr kannst du rausreißen du Herkules Zombies Zombies ja stirb 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 jetzt Wasser Leichen zerfressene Zombies Leichen zerfressene Zombies was war denn das jetzt wieder ich mein Maden zerfressene Zombies yeah ok da ist noch ne Tür ja geht die auf ja tatsächlich ja wir müssen nicht immer alle rein rennen es reicht wenn einer rein rennt es ist immer voll eng in so einem blöden Bungalow ey wir sind voll an den Koffern hier vorbei gerannt ne die sind alle geblendert ok ich sag nichts mehr oh geil was jetzt hab ich einen Baseballschläger ja 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 was machen wir hier mit dem Überlebenden welchen Überlebenden sind die Überlebenden sind die Überlebende ja das war tatsächlich müssen wir den vielleicht retten hat er irgendwas gesagt ne ne also gut dann raus wieder eine Kiste und wir haben kein Dietrich oder ein Brecher also du brauchst kein Dietrich du musst dich ähm einfach den Skill freischalten dafür achso wo kommt denn der her ey guckst du oder was Penner da nimm das komm her stirb stirb ja lass mir doch auch mal ein ich habe keine Erfahrung deswegen steige ich nicht weil ihr macht alle kaputt ja komm dann mach dir das was Problem ist der ist Level 4 und ich bin Level 2 weil hier steht Level 4 und hier steht Level 5 echt ne 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 ja jetzt legt er auf dem Boden ok warte ich muss warten ein mal warte ok ja jetzt jetzt krieg ich schon 43 EP ja ich hab 23 Kratt bekommen was du kriegst so viel wenn ihr einen tötet krieg ich nur mal 4 EP ja vielleicht ist das vom Schaden her abhängig von diesem Schaden dem man drauf gemacht hat Meine Frage, wo laufen wir eigentlich hin? Wir laufen gerade aus diesem Spiegelicht nach West. Uua! Lass mich los! Hier sind viele neben West. Okay. Ey, meine Messer sind hier. Ja, ich werde auch demnächst mal wieder reparieren können. Oh ja, guck mal, da liegen aber auch noch ein paar Plätze am Boden. Alkohol. Will niemand an. Das ist einfach mal rein. Ich sehe nicht, wenn ich meine Taschenlampe der Lauf. Ich habe ja auch eine Tasche. Das ist nicht, wenn ich meine Taschenlampe ansehe. Das ist nicht, wenn meine Taschenlampe ansehe, oder? Nein. Schade. Was war das? Ah, Kohle. Geld. Ich gehe mal in den Schrank rein, warum auch immer. Pack doch nicht so... 4 Leiche wir haben ließ die Städte sind zu tun die Siegungerlof wird zu Ende sein Bruder zu nehmen das ist der wahrscheinlich der den ich gerade gemeint habe überleben zu gewinnen das gab und auch gleich hin und gibt ihn seine Medikamente wo ich gerade von ihm gekriegt habe. Hier ist ein Ausweis. Wo ist der Ausweis? Da. Hier. Da, wo das Telefon ist. Bungalow. Ist das wirklich der da unten, oder? Ja, doch. Da ist auf jeden Fall. Help, help. Das sind die Mädchen, oder? Hä? Wo war der denn? Wo kommst du denn her? Bleib mal locker. Ciao. Stirb. Dann gib mein Fleischerbeil wieder her. Schlampe. Ich bin Rage. Ciao. Okay, erst mal. Sie ist tot. Snoop. Sie ist tot, meine ich. Ja. war gut. Okay, jetzt geht's mir, jetzt geht's mir besser. Na, mir geht's immer noch nicht besser. Kommt zurück. Hey, wo müssen wir, ach, ich weiß was, wie heißt die Quest, wo wir gerade angenommen haben? Teddy suchen. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. 30 Meter weg. Und nicht 400. Ach, ich weiß, ich weiß, Köpfe. Aber, das ist die Frage. Du hast die falsche Quest gelockt wahrscheinlich. Ach, miss mein Messer. Ah, du blöde. Ah, ich bin tot. Wo bist denn du auch? Nein, ich bin nicht tot. Ich bin nur umgefallen. Keine Ahnung, ich bin auf der Straße. Wo ist der Zombie hin? Ach da. Schneid dir den Arsch um. Alter, das ist so beschissen. Ich hab keine... Rapiss dich! Ich hab keine Waffen. Da, Mann. Fress alle meine Messer. Oh, jetzt hab ich überhaupt keine Messer mehr. Das ist doch kacke. Au! Ähm, ihr dürft mir helfen. Ja, aber ich musste nicht mehr helfen. Ich muss erst mal gerade Hilfe haben. Okay. Äh, was würdest du mir geben? Hä? Ah. Okay, danke. Ah, okay. Nee, Paddel brauch ich nicht. Das brauch ich mir nicht geben. Das war besser als gar nichts. Ja, jetzt ist gut. Wie viel denn noch? Ich kann gar nicht mehr so viel nehmen. Na, gucken. Kann ich bestören oder nicht? Ja, ich kann nichts mehr nehmen. Erstmal gucken. Ein paar Sachen wegschmeißen, was schlecht ist, was gut ist. Ja, mal gucken, was ich hier alles hab. 23, das brauch ich zum Beispiel nicht. Fallen lassen. Weg damit. So. Äh. 30, 80. Boah, das ist natürlich richtig. Das sind aber beide fast tot, ne? Ja. Egal. Ähm. Äh, ja, 72. Genau. So. Ja, hier wird es ja wohl irgendwo Energy Drinks geben, oder? Ja, ich bin echt voll im Sack. Meine Sicht ist übelst rot. Äh, ich bin im Arsch. Äh. Komm, ey, jetzt. Ja, dann glaubst du nicht vor. Äh, ich suche ja gerade irgendwie. Wo hat's? Jetzt noch mal ne Quest. Ja, aber warte, ich brauch erst mal ein Ding. Du hast dein Hackball fallen lassen. Help me, please. Was hab ich? Dein Hackball fallen lassen. Nein, hab ich nicht. Okay, wer fährt? Maybe there's something in here. Oh nein, das sind Zombies. Ich brauch den Energy Drink. Jungs! Ah, 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 ah. Äh, äh. Ja, Mann, schnapp ihn hier. Oh. In den Arm abgeschlagen. Sollte ich jetzt kein Problem mehr mit ihm haben. Ah, endlich ein Energy Drink. Alter. Ist aber schwer gerade, hey. Leckt mich am Arsch. Aber hier ist das, was wir brauchen. Hier drinnen anscheinend. Nein, das ist, komm mit. Das ist vorne die Tussi. Die müssen wir doch mit dem Auto wegschiffen. Hab ich schon gemacht. Also habt ihr schon gemacht. Könnt ihr uns helfen? Ah, dann muss ich jetzt den Mann von der an schwitzen. Ah, fuck. Fuck, ich helfe dir, Mann. Hey, woher geht's, Mann? Ja, das ist alles. Oh, ich hab die Halskette gefunden. Shit. Gut. Alles klar. Ich will sehen, was ich kann. Hey, Mann. Okay, ich hab's nicht auf den Sack. So, dann hab ich ins Auto live. Spiel backt bei mir. Ich laufe, obwohl ich gar nicht drücke laufen. Das ist ja geil. Ja, das war bei mir gerade auch so. Hast du dagegen gemacht? Nee, ich bin stehen geblieben. Also ich. Ja, ich drück' einen Knopf und der läuft. So eine Maus drücken. Yeah, uh. Also ich sitze hinten drin, wer von euch fährt. Ich fahr. Nein, ich fahr. Na gut, dann fahr du. Jetzt bin ich schon bei Fahrer eingestiegen. Los geht's. Warte, bis ich weiß, man kann überhaupt noch einsteigen. Ja, hier hinten hat's noch bei mir einen Platz frei. Ach Gott, echt zu dumm. Ich glaub, du musst zu mir hin treten. Ja, schade. Hey, warte, lass sie doch einsteigen. What is happening here? What the fuck? Warte doch mal auf mich. Hey, ich kann nicht einsteigen. Nee, geht nicht. Ihr müsst alleine sie wegbringen. Warte, 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 warte. Das Auto mal stehen bleiben, so der junge Vater, Alter. Egal, fahrt ihr sie weg? Ja, Alter, du bringst sie noch um. Jetzt liegt sie unter dem Auto. Jetzt. Ja, also gut. Ich versuch mal einzusteigen. Nee, ja doch. Okay, fahr los. Wir sind drin. Du hast Netzstrumpfhose. Nee, Netzstrumpfhose. Ja. Jetzt. Dein Rock ist an der Seite zerrissen. Und du bist schwarz. Halt's mal. Ja, das... Zock, die lasst du das mal ein. Zack. Ey, wo fährst du denn du hin? Naja, doch, das ist richtig. Alter. Du weißt schon, dass... Boah. Das ist ein Bus. Das ist ein Bus. Scheiß auf den Bus. Wir heizen jetzt. Also die Sicht von hier aus ist nicht ganz oder Wahnsinn. Ja. Oh doch, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also besser als vorne zu sitzen und zu sehen, wie die Zombies gegen die Motorraum klatschen. Ja, wir sind im nächsten Stützpunkt der Menschen. Zivilisation. Menschen. Woher die hell did ich das put? Wofür reparieren. Oh, guck mal hier, ich kann schon ein Messer bauen. Welches Messer? Schwaches Messer. Ja, 65 plus 10. Naja, das ist nicht so Wahnsinn. Ja, ich verkaufe, was er... Mein Hackebeil ist da natürlich schon um einiges besser. Aber, ja, du hast recht, ich verkaufe auch... Vielleicht kann er was mit meinen Messern anfangen. Verkaufen. Willst du dich nicht lieber reparieren? Nein, weil manche Messer, die brauchst man echt nicht. Also 28 plus 5, das ist lächerlich. Kriege ich auch nur 18 Dollar dafür. Ähm, 30 plus 4, weg damit. Ich habe nämlich 80 plus 12, hallo? Ähm, ja, das ist auch noch okay. Das geht auch. 34 plus 5, naja, weg damit. Gut. Ich habe einen Haufen Schrott dabei wieder. Aber, ja, das passt schon. Jetzt gehe ich auch mal gucken, reparieren und so. Ja, ich glaube, reparieren müssen wir zurecht zu einem anderen Insel, oder? Äh, zum anderen Stützpunkt. Ja, hier können wir auch später reparieren. Hier gibt es ja auch die Schnellreisefunktion. Ja, wo ist die dich? Das ist die Karte. Ich hier bei mir. Rettungschwimmer-Turm. Ey, warte, warte, ey, mach das noch nicht, breck ab. Ja, ich kann, ich muss eh warten, bis ihr das macht. Hm, okay. Lass uns erstmal hier die ganze Station plündern. Ja, ich habe Maggie gefunden. Ich habe Motor-Teile gefunden. Ich lasse dich nicht in die Warehouse. Talk mit James. Was? Ich soll mit James talken. Hier ist Maggie. Ich bin gerade bei James. Ja, dann talk mit dem. Ich habe Maggie schon, gell? Ja, okay. Na, ich kann es gerade nicht. Ich habe so eine blöde Aufnahme gefunden. Ja, wo ist die? Die muss auch jeder von uns schnappen. Wenn du... Kannst du mich checken? Mach, hat dein Gosch? 700 AP für was gekriegt, okay? Ja, weil wir die rübergefahren... Ey, da ist eine Waffe, eine Doppelklinge für dich. Snoop. Für mich? Ja, Doppelklingen sind deine Waffen. Wo hast du das gefunden? Ja, das geht mal als Belohnung von der Maggie oder wie auch. Äh, der James Stein, der James Stein hat ne Ding, ist gern in den Quest und sind die seid einfach weggegangen. Was? Der hat hier eine Hauptquest für uns. Ja, ich weiß. Ja, na gut, und Rutsch hat nicht deine Belohnung. Ja, ich komm doch. Ja, ich hab da doch... 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 Und wo ist die jetzt, die Tussi? Oh, shit, du bist hier? Oh, shit, du bist hier? Oh, shit, du bist hier? Ja, du bist hier? Wie ist es auch hoch gewesen? Wie ist es möglich, dass du immer noch live bist? Ah, ich hab dich hier oben alle Quest schon angenommen, ja? Ich kann sehen, dass du ein von diesen Dingen bist, Mann. Hallo? Nee. Nicht. Nee, hm. Ich bin ein bisschen gegründet, dass ich in Format es bin exposed. Pfff, ich hoffe, es ist alles gut. Die Tür scheint, dass ein Glas sein. Boah, das ist. Mr. Onomo? So, wohin jetzt? Hallo? Woher hier? Ja, komm hoch. Wir können nur fortfahren, wenn du hochkommst. So. Oh mein Gott. There's, uh... Ja. Irgendwie kann ich... Ah, jetzt. You don't know me, but I shall remember you. I don't see a body, though. Mr. Onomo? Oh mein Gott. Das ist wegen dieser blöden Aufnahme, die Leute gerade im Hintergrund die ganze Zeit. Ja, jetzt halt. Jetzt lauern wir mit dem. Hey, come on, unlike Cinnamoy and his crew, fire up the Cove. Ähm, besorge vier Fackeln von den Wracks an der Küste. Oh, die ist sehr schwierig. Ja, das machen wir mit der Zeit, also. Mal gucken. Jetzt gehen wir runter. Da sind auch Quests. Oh, ihr nimmt mal alle Quests. Die müssen wir ja nicht lesen, was alles wahr ist, oder? Bitte, ich war in Kontakt mit den Piloten. Ich suche die Krankenstation. Ich sage, was ich kann. Danke. Okay. Hier ist auch noch was. Äh, ich habe hier Verwende für den Falle. Die kann ich hier nicht annehmen. Dann müsst ihr bei mir sein. Hey, cool, ich bin aufgestiegen. Nimm den Bauplan Deo-Bombe. Hab ich. Okay, und welche Plaston haben wir denn? Hast du den Bauplan? Nein, ich meine... Ja, ja, ich habe den. Ich habe den. Komm, komm. Kommt, Jungs, kommt. Kommt, Jungs, kommt. Ja, ja, da will das wir Strom anmachen wieder. Suche Marcus und repariere den Transformator. Ja. Damit der Leuchtturm wieder leuchtet. Gut. Gut. Okay. Also, gehen wir jetzt aber kurz zurück und tun... Was? ...und unsere Sachen reparieren. Mit der schnellen Weise, oder? Bevor wir weitermachen. Na, ist gut. Wartet. Was? Gibt's hier kein Ding Reparatur-Kit? Ja, doch. Aber komm doch nicht rein. Wir kommen da nicht rein, weil du uns nur nicht reinlässt. Ach so. Gut, okay. Schnell den Scheiß reparieren. Ja, warte, ich will auch. Habt ihr dem Mechaniker die Autoteile gegeben? Nein, noch nicht. Mach mal. Ich kann sie gar nicht geben. Warum nicht? Das ist wahrscheinlich der, der, der die hat, muss sie geben. Ah, okay. Das fährst du dann wohl du. Ja. Äh, ich kann irgendwie nie upgraden. Ach so, das muss alles repariert sein. Okay. Mal reparieren wir mal alle Waffen. Ist ja nicht so teuer. Ist nur 15 und so. Ja. Jetzt upgraden. Und zwar meine richtig starke Waffe. Die hier 80 plus 12. Die ist richtig gut. Kostet 44 Dollar. Okay, einmal upgraden. Okay, jetzt macht sie 80 plus 21 plus 11. Jetzt plus 80 plus 33 plus 19. Und gleich nochmal. Kostet 110. Okay, mach ich auch. Jetzt ist sie 80 plus 52. Das ist ja jetzt natürlich eine richtig starke Waffe. Und wenn ich gerade dabei bin, kann ich mich auch noch gleich upgraden. Und zwar mache ich noch das letzte Ding natürlich hier, dass ich, dass meine scharfen Waffen mehr Schaden machen kann. Und danach, vielleicht danach, verringert die Ausdauerkosten von scharfen Waffen. Ah, da gehen die... Ah, korrekt. Und was ist das? Behöhrt den Schaden, wenn du Feinde von hinten Nahkampf angreifst. Blutische kritische Treffer verursachen. Okay, was habe ich hier? Sprung mit scharfen Waffen. Sprungangriff. Behöhrt die Haltbarkeit. Oh, das ist richtig interessant für mich. Also gut, ich bin jetzt Stufe 5. Welche Stufe seid ihr jetzt eigentlich? Auch Stufe 5. Jürgen, mein Beil sieht ja richtig nice aus. So, kommt rein, Jungs. Jo, da sind schon wieder neue Quests. Oh, je, das hätte er waren, ja. Das ist schon eine Questgeberreihe hier. Du hast einfach viel Leben gerettet. Ja, wir haben es gerettet. Eine ist Sichel. Wow, geil! Die macht ja mal richtig böse Schaden. Habt ihr Sichel aufbekommen? Jo. Nice. Jo, ich hab die Sichel auch gekriegt. Dann, ich geb mal die Halskette ab. Yes. Bis sie sieht. Ich geh zu Maggie, gell? Ich geb Maggie ab. Hier gibt's ein Beil. Wieder ein Beil. Oh, schön. Cash gibt's hier. Okay. Wo war Maggie denn jetzt eigentlich? Ach, Maggie ist auf der anderen Ding. Maggie, ich bin gleich so. Sag mal, wirst du die scharfen Waffen haben, die ich gerade gekriegt hab? Ich fange hier mit denen nix an. Äh, nein. Ist Quatsch, immer dieses Ding. Dann hab ich dreimal die gleiche Waffe. Das bringt mir eigentlich wenig. Oh, wenn sie kaputt geht halt. Ja gut, aber wir sind ja immer ständig am Reparieren oder so. Und ich werd jetzt auch anfangen. Ich hab jetzt mehrere Slots. Jetzt hab ich... Eins, zwei, drei, vier... Vier Slots. Ja. Dann werd ich jetzt natürlich gucken, dass ich immer die stärkste Waffe... Oh, die hat ja 100 plus 21. Ja, was ist eigentlich, wenn ich die jetzt noch verbessere? Die Sichel ist schon geil. Äh, die Sichel ist... Ist die... Aber die ist beschädigt. Benötigt Reparatur, okay. Hast du die Werkzeuge... Äh, die Autoteile abgegeben? Lass ich die erstmal reparieren. Nein, noch nicht. Mach ich gleich. Okay, jetzt upgraden. Wo ist die Sichel? Das ist vielleicht schon... Oh, das kostet einiges mehr. 90, 170... Yeah! Oh, jetzt hat sie so einen richtig niceen Griff gekriegt. Nice! Okay, ich geb mal die Autoteile ab. Ja, bitteschön. Nochmal. Hä? Wow, großartig. Nice! Oh, großartig. Jetzt gib mir einen Moment und ich werde diesen B***h ran. Ah, der repariert uns den Wagen oder was? Okay, 300 dp habt ihr gekriegt? Ja. Ja. Fette Sache, dann hauen wir jetzt wieder von hier ab, oder wie?